Und erneut brach die Zauberer auf und ließ sie Schloss Alderheim hinter sich. Erneut hinten sind sie nordwärts. Das war in Richtung der Jahre. Das sah hinter sich aus wie Sümpfe. Hinter dem Wien. Ja, so bitte. Ja. Oh Gott, da treten ich auch gerne gelesen. Oh, die haben Schilder? Wir haben nur ein Problem. Wir haben keinen Teleport. Wenn wir den nochmal brauchen, ist der Arsch. Echt? Ja. Och nee, ne. Ja, ich hätte mir gerne den Erfolg geholt. Ja, den habe ich ja auch. Ach, mit den Teleporter ist scheiße. Ich fand den voll gut, ey. Ja, aber willst du machen also? Die ganzen Safe Games haben doch wohl nicht. Ja, dass sie das ja nicht mitmachen dann, ey. Tot. Hinten, hinten, hinten. Hinten. Und vorne auch. Ich mach vorne. Ich helf sie mal vorne. Erstmal einen Stein rein. Achso. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Rückzug. Da bist du. Ja, danke. Wollen wir aber schon die Zigarette ausmachen. Ja. Ich weiß nicht. Achso. 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 Ja. Hier, äh, hier. Dingbums. Noch einer einen Stein drauf. Ja. Ich bin tot. Das war unglaublich mein Stein. Entschuldigung. Ich bin schon wieder tot. Was für eine miese Ratte. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich bin doch nicht tot. Hinter uns. Ja, vor uns aber auch. Oh, sorry. Oh, sorry. Toad. Da kommen noch mehr. Wo meine Matze wieder? Mach ich schon. Hab ich. Hab ich schon. So, okay. Da bin ich gewesen. So, más die Viecher mal vom Halbstisch. Die werden noch ein Schild. Ich bin tot. Da kommen noch mehr. Ja, ja. Ich bin eingefroren. Na, ich bin tot. Moment, ich bin ja am frieren und sterben. Und so. Du kannst trotzdem noch zaubern. Ja, ja. Heute ist trotzdem. Ich bin tot wieder tot. Tot. Ich kann da nicht weg. Noch welche da? Hier, ja. Ich muss ja nur weg. Ich bin ja hier so Maschen-Draht-mäßig. Einfrieren. Ja, ja. Ah, klasse. Also, einer gefriert hier gerade bei mir. Müssen die anderen auch mal eben einfrieren? Einmal BB, bitte. Warte, ich mach Wasserstrahl auf die. Und dann muss der Eis. Na, ich bin tot. Hey, da bin ich. Oh, ich bin schon wieder tot. Danke. Nein, lass mich in Ruhe. Ich bin tot. Ja, ich bin gerade hier. Gefressen. Die Fiecher gehen doch nicht kaputt, ey. Nur... Feuer. Ich bin tot. Okay, gerade macht Feuer überhaupt keinen Fun. Ich sehe den Björn gar nicht mehr. Aber der Björn schwirrt da noch rum. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ja, dann spinnt man's Spiel hier wieder. Oh, danke. Aber den Zauber haben wir doch auch gar nicht. Doch, den haben wir. Ich weiß nicht warum, aber der ist immer da. Ach, geht doch. Ich hab mich jetzt... Ich hab mich jetzt hier rum. Ja, das... Nee, das war ich gewesen. Ja, Donnerkai haben wir immer. Auch genauso wie Hass, den wir immer haben. Ey, ich... Der Björn, der... Ihr seht den Björn, aber... Oh ja, sehr. Weil ich seh ihn nicht mehr. Ah, ist das schon wieder scheiße. Das fragen wir. Oben oder unten? Oben oder unten? Ich würd... Ich würd... Sonst hätte ich gesagt, eher von unten auch. Ja, ich denk mal, wir müssen hoch. Deswegen würde ich sagen, eher von unten. Nee. Wir könnten ja mich hier mal umbringen. Vielleicht siehst du ihn dann wieder. Nein! Ich bin doch untergefallen. Aus dem Buch. Phoenix Verschwörung. Ist das denn nicht die Massen... Das ist dieser hier. Warte, war ja, weg von mir. Äh... Ich seh den Björn immer noch nicht. Den Björn lebt er auch noch. Ist ja. Das war meine Schuld, Matsu. Ja, eben. Vorsicht! War der Björn jetzt schon mal tot? Nicht. Ah, okay. Ich glaube, das lässt sich ja ändern. Ja, ich glaube, das lässt sich ja ändern. Da ist er wieder. Ah, jetzt seh ich ihn auch wieder. Ach, super. Weil der nur unsicht war, weil er tot war. Äh, weil er für dich tot war. Aber auch mit den Teleporter, das find ich voll traurig. Ey, der ist so gut gewesen. Ist auch. Verklammung. Ja, zum Beispiel jetzt hier. Was machst du denn jetzt hier? Das ist kein Problem. Ach so, ach, da ist Dingens, ne? Ja, wenn wir den Zauber nicht immer haben, wenn wir den nicht immer brauchen. Bring um, bis du tot bist. Nehmt, dem sitzt er irgendwas. Ja, wo welche coolen Schwerter? Ja, ich bin Eis. Ich bin tot. Was war das denn? Das ist das Erd um sich rum. Okay, wer macht das? Ich bin tot. Du bist tot. Ja, dadurch hast du dich aufgehalten. Aber jetzt mittlerweile auch tot. Ich bin auch tot. Oder? Der war nicht so gut. Einer lebt noch. War der da? Nein. ich will mich kurz ein Schwert hier holen weil das ist ein Frostschweiter der ist ganz cool hier ziele ein warte, nicht in die Höhle nicht, noch nicht in die Höhle wer ist denn da in der Höhle? ja warte mal ja, kommt mal mit also, eine Höhle gibt's, die wir übersehen haben irgendwie sterben wir hier alle drin, kann das sein da war doch jetzt voll Schaden genommen, ne? ja, ein bisschen, ein bisschen ja, doch also, ich aber auf jeden Fall warte oh, fuck it ich mach den Highlight im Hintergrund bitte melden ich bin tot ich, äh, glaube, am besten Strom und die in der Mitte zum Explodieren bringen ja, genau das ja, oder was machst du denn? macht ja, macht bitte hier Harakiri naja, aber dadurch gehen wenigstens ein bisschen Flächendingen sind so das war dann ab und zu immer eine Wiederbelegung, aber naja wie wir jetzt zum Beispiel für das Team, oder meinst du? genau danke 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 danke